Herr draußen, hier sind wieder Chuan und Flex und heute gibt es eine Planche-Progression, den Pseudo-Planche, Push-Up-Planche, eine der wohl schwersten, wenn nicht die schwerste Bodyweight-Übungen on planet Earth. Neben dem Iron Cross. Wir lassen es so stehen. So, jetzt bin ich mal hier unten und würde gerne noch... Und schon oben ohne und in Vierfüßlerstand. Das Video geht nicht in die Richtung, in die es gehen soll. Okay, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen und zwar Wrist Prep, Handgelenkspräparation, Handgelenksvorbereitung. Wir nehmen eine Handposition ein, die recht handgelenkslastig ist und das heißt, du solltest unbedingt deine Handgelenke vorbereiten. Und grundsätzlich, wenn du viel drückst, wenn du viel in den Handstand gehst, mit der blanken Hand am Boden, solltest du unbedingt viel für dein Handgelenk tun. Es kräftigen und mobilisieren und den Gelenkspalt mal auseinanderziehen und was man alles so Schönes machen kann. Oben ohne bin ich, weil bei dem Pseudo-Planche-Push-Up eine maximale Protraktion und eine maximale Depression gefragt ist. Und damit man sehen kann, was damit gemeint ist, ja, Strong wird da gleich den Erklärbär machen. Dann, deswegen habe ich mal hier mich meine Shirts entledigt. Es hat nur diesen und keinen anderen Grund. Gut, gut. Jetzt bin ich beruhigt. So, was machen? Also du platzierst deine Hände so, wie du sie am liebsten platzierst. Für diese Übung jetzt, manche Leute können die Zeigefinger nach vorne zeigen lassen. Mit mehr Außenrotation der Hand wird es einfach ein bisschen angenehmer im Handgelenk. Verliert vielleicht aber auch ein bisschen Stabilität. Da muss jetzt jeder seine persönliche Präferenz nehmen. Manche drehen die Hand sogar komplett um für so einen Spaß. Also ich bin mit meinen Handgelenken in früher Jugend nicht so super gut umgegangen. Und deshalb muss ich auf jeden Fall ausdrehen. Das ist auch so ein bisschen der Grund. Wir haben gerade noch eine Diskussion gehabt. Nein, das ist doch nicht die schwerste Übung und so. Für mich ist es eine extrem herausfordernde Übung. Deswegen ist das vorhin so aus mir rausgekommen, weil meine Handgelenke mich da sehr limitieren. Also das heißt, oh Wunder, es gibt noch viele andere schöne, fiese Übungen. So ein Glück für uns. Ja, okay. Also Hände sind hübsch unter den Schultern. Du gehst in Liegestützposition. Unterschied bei dieser Liegestützposition ist, du bist bitte auf dem Fußrücken, nicht auf den Zehenspitzen. Und nach wie vor ist wichtig, wie im perfekten Push-Up. Das Becken ist nach hinten gekippt, also das Gegenteil vom Hohlkreuz. Der Po ist fest, der Bauch ist fest, damit das so bleibt. Und jetzt gehen wir kurz auf die Schulterposition, beziehungsweise die Schulterblätter ein. Ich möchte mal kurz maximale Protraktion von dir haben. Das heißt, das Schulterblatt schiebt nach außen weg. Und verschwindet. Das ist nicht mehr wirklich zu sehen. Das heißt, ich kann... Ja, bitte gehen noch mal. Das war die Retraktion. Schulterblätter sind zu sehen. Das heißt, ich kann hier nicht reingreifen. Wenn er ein bisschen verliert von dieser Protraktion, gehen wir nur ein bisschen raus. Auf einmal habe ich hier eine Griffkante, wo ich am Schulterblatt reißen kann. Also theoretisch musst du immer versuchen, dass du hier komplett rund bist, dass dir keiner das Schulterblatt rausreißen kann. Genau. Wer würde denn so fies sein? Also ich würde es mir auf jeden Fall mal gönnen, den Spaß. So. Jetzt müssen wir gucken, Abstand, Hände, Füße, weil wir wollen mit den Händen ein bisschen woanders hin, wo wir sonst sind. Wo wollen wir hin mit den Händen? Die Hände bleiben, wo sie sind. Ja, ja, aber wo sollen die Hände in der Endposition sein? Weit weg von den Hüften? Nah dran an den Hüften? Ach so, ja, aber die Hände bewegen sich dabei nicht. Also wir lassen uns nach vorne unten in den Liegestütz ab und gehen dabei tendenziell mit den Händen auf Höhe des Bauchnabels, beziehungsweise der Hüfte. Wie wir das bei einer Plasch machen würden. Genau, nach vorne unten. Jetzt Retraktion auflösen, maximale Protraktion. Schulter ist auch in der Depression, der Nacken ist lang, Becken bleibt nach hinten, Kippen, Bauch ist fest. Und jetzt immer nach vorne unten in den Liegestütz. Vorher die Protraktion auflösen. Zeig das einmal nochmal ganz kurz bitte. Also Protraktion in die Retraktion, Schulterblätter absichern, in der Depression bleibende Schulterblatze, also nach unten gezogen und ablassen. Genau, was ich eben meinte ist, wenn ich hier starte, dann komme ich nicht an, wo ich hin will. Also ich muss mit den Füßen nach vorne, damit ich nachher, wenn ich unten bin, nahe der Hüfte bin. Ja, wobei sich das manchmal ausreguliert. Geh nochmal zurück. Und jetzt geh nach vorne unten in deinen Liegestütz. Ja, geht nicht. Dann müsste man mit den Füßen nachziehen und das kannst du dann auch machen. Also wenn du merkst, du blockst, jetzt bist du auf einmal in der richtigen Position. Dann merkt man relativ schnell, wo die Füße denn sein sollten. Also da muss man jetzt keine Riesenwissenschaft draus machen. Aber definitiv ist die Hand sehr, sehr nah am Bauchnabel. Maximale Protraktion. Protraktion, da müsst ihr euch immer hinschwingen. Und richtig schön wäre natürlich, wenn man sich nicht nur einfach rausschiebt, sondern auch noch ein bisschen vorne bleibt und den Ellbogen durchgedrückt lässt, dass man diese Last der Planche auf jeden Fall noch nimmt. Du hast vorhin gesagt, beim Pseudoplauche-Push-Up ist die Protraktion wichtig. Die ist generell auch in der Planche wichtig. Du musst in der Lage sein, hier vernünftig rauszudrücken. Das ist halt eine super Vorübung für die Full-Planche. Und da deine Schultern so weit kraftkräftig zu kriegen, um dich da halten zu können. Und das andere ist natürlich, die Armstreckung in dieser Vorlage genießen zu können. Ja, und genau dort, also in diesem Bereich Brustwirbelsäule, Oberrücken, dort fehlt halt auch die meiste Kraft in der Regel, weil man einfach ordentlich gewohnt ist, eben da hin zu arbeiten. Aber das ist eben notwendig, um eines schönen Tages, vielleicht schaffe ich es auch, mal sehen, eines schönen Tages, ich bin zuversichtlich, in diese Knausch zu kommen. Also das Wichtigste, was dir auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass du Schulterblatt hochreißt dabei und dann versuchst, in die Protraktion zu gehen. Wir machen das nicht aus dem oberen Anteil des Nackens, der Toni hat es gerade eben schon gesagt, wir machen das aus dem unteren Anteil des Nackens, deswegen Schulterblatt bleibt tiefgezogen, dass du dir auch nicht die Schulter abschießt. So, jetzt kannst du mal austesten, wie weit du schon vorangekommen bist mit deiner Movement-Praxis und gucken, ob du mal so fünf Dinger daraus hauen kannst, die auch noch schön aussehen. Dann kannst du noch ein fettes Däumchen nach oben geben für dieses Video. Abonnier uns, falls du nicht getan hast, nach dem Abonnieren die Glocke aktivieren, dass du eine Information kriegst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Und hier gibt es so unsere letzten Videos. Wir sind immer wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.